So, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße recht herzlich zur heutigen Powercycling-Runde das erste Mal vor einem Green Screen. Ja, mal sehen, wie das Ganze so funktioniert. Wer diese Einheit jetzt schon morgen, also eigentlich schon in der Vergangenheit, gefahren ist, der darf sie gerne nochmal wiederholen. Die Playlist ist bekannt, aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß und mal schauen, was wir so machen können. Wie wäre es denn zum Beispiel mit diesem Hintergrund? Können wir mal machen. Oder wie wäre es mit dem? Oder wie wäre es mit einem heißen? Pass auf. Auch nicht schlecht. Wir starten erstmal mit unserem Hintergrund-Test. Das erste, was ich zumindest für euch ausgewählt habe, ist dieser. Lasst uns loslegen. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, das erste lockere Lied für heute. Aufwärmenprogramm. Startet eure Tracker und los geht's jetzt. Moderate Belastung, bitte wählen. Jawohl. Das Tempo tief. Zwei, drei, vier, sieben, zwei, drei, vier. Mal endlich wieder. Eine Einheit face to face. Mal nicht in der Diagonalen. Dafür bin ich auch alleine hier im Raum. Zumindest jetzt noch. Ach, ich bin gar nicht mehr gewohnt. I get my party on. Until the early months. I get my party on. Hang Posi improve. Wir starten mit den ersten lockeren Übungen, es geht weit, zwei Zeiten vor, zwei Zeiten zurück, heißt vor, vor, zurück, zurück, vor, vor, rück, rück, letztes Mal, das doppelte Tempo, ab jetzt, go! Vor, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, Richtung wechseln, andersrum, vor, vor, rück, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor, rück, vor. Einmal auf der drei, Stop. Oberkörper senken, Aeroposition, genießt es für einige, für die letzten Sekunden. Das Ganze für vier, drei, zwei, Hangposition Nummer zwei, jetzt, yeah, wie wär's, vier Seiten aufrecht, vier, halbe Position, es geht hoch, zwei, drei, vier, halb, vier, hoch, vier, halb, vier, zweimal, und tief, geht hoch, geht tief, zwei, Zeit, es geht hoch, zwei, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, jedes Mal, wenn wir nach unten gehen, drücken wir, von außen, Lenker zusammen, lösen, drücken, lösen, drücken, Ellenbogen, Englass, Letzten, zweimal, hoch, drücken, hoch, drücken, und stopp, Hangposition eins, vierte Umdrehung, jetzt. Okay, wir haben die ersten drei Minuten gemeistert, der einfachste Part, viertel mehr, jetzt. Und ich merke gerade, Radhandschuhe vergessen, müssen wir heute durch, wird's halt ein bisschen rutschiger, auf dem Lenk. Handposition zwei, wir gehen im Genre ein bisschen, noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit. Das Tempo, tief, zwei, drei, vier, tief, zwei, drei, vier, bisschen mehr Belastung, bitte. Schau an, wer kommt denn da in den Raum? Kleiner Sohnemann, gucken wir auch so ein bisschen. Skeptisch, was macht der Papa hier? In die Hand, tanzen! Sehr gut. Ah, da wird der Papa gleich noch so laut. Viertel mehr für euch, jetzt. Gitter. Wir haben die ersten Standrunden für euch. Für uns, für mich und explizit für dich. Macht euch bereit, mit der Viertelumdrehung, jetzt. Gitter. Oh, ihr werdet sich in die ersten Kamera Erfahrung sammeln. Komm, ihr nicht, dann. Auf geht's. Der Papa ist kaum abgelenkt. Gitter. Das Tempo bleibt. Vier, drei, zwei, eins. Setzt euch. Jetzt. Viertel mehr für euch. Jetzt. Ah, er freut sich noch. Er muss ja auch nicht mitfahren. Kürzer. Die zweite Runde. Viertel. Ja. Die zweite Standrunde. Drei, zwei, eins. Geroff. Komm schon. Bisschen haben wir noch. Vier, drei, zwei, eins. Setzt euch. Jetzt. Runde, zwei, 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 drei. So, und nicht anders. Wenn's noch so bliebe. Aber da kommt noch was. Jetzt die vierte Umdrehung, die ihr benötigt, um warm zu werden. ready, zwei, drei. Wart es noch mal? Und nicht. Wart es noch so. Und nicht. Macht euch bereit. Letzte Standrunde. Drei. In vier. In fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ach, was soll's. Hör dich dann. Nichts einfacher als das. Bis zum Ende des Lieds. 3, 2, 1, setzt euch jetzt. Werdet ein bisschen langsamer. Finger weg von der Belastungsschraube. Die brauchen wir noch. Und zwar nach rechts. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Bisschen rockiger. Viel Spaß. 4, 2, 2, 1. 4, 2, 1. Wörtel in die Stadt, heil wörtel in die Stadt. So, kann's abgehen? Wörtel jetzt! Es ist der erste, lockere Anstieg für euch. Ich fang an zu schwitzen. Setz dich. Zur Belohnung. Viertel. Jetzt. Kann man mal machen. Die zweite Runde. Wenn's jetzt in die Stadt geht, erhöht ein bisschen das Tempo. Drei, zwei, ein, go! Bisschen aus dem Beat it aus. Genauso. Vier, drei, zwei, ein, setzt euch. Langs. Slow down. Viertel. Jetzt. Ganz. Ganz lang. Viertel mehr. Jetzt. Einen. Haben wir noch. Viertel jetzt. Wenn ich dann Tempo locker wieder auf. Sehr. Ich hab die Musik geschmack meiner Frau erwischt. Wie wär's? Mit etwas erhöhtem Tempo. Come on! Könnt ihr das halten? Und jetzt. Vier, drei, zwei, eins, setzen. Pause kommt später. Alter. Einen hab ich noch. So. Hey, Jan, jetzt gibt's noch ein bisschen was auf die Ohren. Halt lieber die Ohren zu. Bester Junge ever. Händen, Stahl. Viertel. Leute, es ist ein Berg. Gebt Gas. Werbelast. Handposition zwei. Oh, der Körper ist fest. Setzt euch noch nicht. You don't see the red on the wall. Better night. Moon and sweet head in your way all. Setzt euch. But maybe sometimes if you feel pain, you find your own. Pick up im Gefühl. Das wäre noch ein bisschen. Steig. In drei. Drei. Ein. Start. Go. Viertel. Jetzt. Viertel. Jetzt. . Möge. Das war's. schon fast gewesen. Jetzt möge das Tempo beschleunigen. Ist alles weit? Schmeut! Schmeut! Bestia no! Come on! Tempo Zen Endでした! Yes! Up, yeah! Hey! Hi! 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 Z! Platz! Ausrollen! Sprint! Check! Good! Ha! Wo wir gerade mal dabei sind! Einen! Hab ich noch! Meer! Gelassen! Das ist schon motivierend, Leute! Hamas! Na ja, ähm! Wie wär's? Schneller? Ja! Gebrühe! Leute, das ist doch keine Höhe! Jetzt ehrlich! Ich seh euch zwar nicht, aber das spür ich doch! Das ist im Leben! Noch nicht das Tempo! Was noch's wecklich ist! Was noch's wecklich ist! Um euch vor der Pause, mit gutem Gewissen in die Pause zu schicken! Tempo! Ja! Was war es hier?! Das! Ja! Hwah! Sehen! Sehen! Kommen! 4, 3, 2, 1, selbst durch, langsamer, ausrollen, so Leute, das war die erste Runde, boah, ja, sehr gut, ich würde den kurzen ja direkt vor die Kamera nehmen, aber ich habe keinen blassen Schirm, ob das jetzt auf YouTube geht oder nicht, sollte ich währenddessen immer mal zwischenzeitlich mal nicht in die Kamera gucken, dann könnte es daran liegen, dass da direkt drüber großer Bildschirm ist, wo ich die Aufnahmen sehe, also ich probiere schon zu konzentrieren, dass ich immer in die Kamera gucke, aber hey, ist nicht so einfach, also falls das hier häufiger wo kommt, dann überlege ich nicht, dann gucke ich nach oben auf dem Bildschirm, Elian, hast du noch Bock, Faust, boah, sehr gut, ja, so wachsen Kinder in Corona-Zeiten auf, da wird die Faust gegeben, gut, Leute, apropos Faust geben, ich sage der Familie bis gleich und tja, schön, dass ihr da wart und bis gleich, wir legen los, 94 Beats in den Refrains, immer volle Belastung, nicht das Tempo erhöhen, die Belastung, Leute, Tempo bleibt aber volles Zunder im Sitzen, in diesem Tempo, vollste Belastung, ihr seid soweit, los geht's, Papa Roach, Moderate, sehr gut spürbare, Belastung, Machen wir mal einen sprechenden Hintergrund an, der auch passt. Jetzt bräuchte man längere Haare, Leute, viertel mehr, jetzt. Viertel mehr, jetzt. Und seid bereit, 15 Sekunden, dann das erste Mal, um ihn, alles was geht, in den Sitzen. 20 Sekunden Länge hat diese Belastung. Drei, zwei, eins, ja! Drei, zwei, drei, vier, jetzt. Runde, eins, ja! Mehr Belastung! Demit, demit, demit! Ja! There's no money, there's no possession, only obsession, I don't need that shit, take my money, take my possession, take my obsession, I don't care, I don't care, I don't care. It's time to get more. You can't be enough, you can't be enough, you can't be enough. You can't be enough, you can't be enough. 3, 2, 1, go! Take my possession, take my obsession, I don't care. Wenige Sekunden, let out. Fuck your money, fuck your possession, fuck your obsession, I don't care. Fuck your love, go! 3, 2, 1, go! Langsamer, langsamer, ganz entspannt. Entspannt. Good. So. Okay. Ihr seid soweit. Komm, bisschen. Bisschen bergauf. Am Ende Limit. Rockiger Start. Rockiges Ende. Und dazwischen. Ganz entspannter Beat. Mehr Belastung. Jetzt. So, wir sind ja noch zum Üben hier beim Greenscreen. Ich muss das Rad nächstes Mal ein bisschen umjustieren. Etwas mehr. Belastung. Es ist noch leicht schräg. Ich hoffe, es stimmt nicht. Viertel. Jetzt. Wie wär's mit Standard-Kombis? An vierer Zeit. Zwei, drei, vier. Liegestütz. Drei, vier. Sechs nach hinten. Drei, vier, sechs. Zwei, zwei, zwei. Geh, hoch. Zwei, zwei, die, zwei. Zwei, sechs. Zwei, sechs. Nach hinten. Hock. 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 Zwei, zwei, zwei. Hock. Hock. Jetzt sind vierer. Vier. Zwei. Nach zwei Und die letzte Bleib stehen Auf der Körper Feste 3 Beinen 4 4 3 2 1 Weiter Stand Viertel mehr Stande 4, 2 3, 4 3, 4 6, 8 3, 4 7 2 Seiten Deep Direkt Setz Noch mal Deep Direkt Setz Und eine Zeit Deep Reich Setzen Deep Reich Setzen Tief Reik Setzen Tief Reik Bleib oben Viertel Sobald oben Jetzt Viertel Jetzt Handposition 2 Einer geht noch, oder? Viertel Jetzt Genau So, nicht anders Vier Drei Zwei Oberkörper ist Das Atem Das Atem Nicht Vergesst Erlaut Erwünscht Und fast sagen, zwingen und wenden Noch vier Drei Drei Zwei Ein Standgezweiter Zunnen Viertel Gets Ach, kann schon Viertel Gets Zwei Oben Zwei Gesäße Hinten Zwei Zerr Rück Zerr Rück 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 Eine Zeit Rück 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 Vier Drei Zwei Ein Setz euch Trinkt etwas Und Finger weg von der Schraube Leute Es wird steiler Habe ich gehört Hälfte Haben wir schon geschafft Drei Zwei Ein Und langsamer R� Das Tempo Zwei Zwei Zei Tief Vier Zwei Alt Lipp Vier Zwei 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 Oh, ho, ho! Hau! J! Ha! Aile, J! 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 Hau! Let's go! J! 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 Stop! J! 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 Läuft dich sprüberbar sein. Fürs. Jetzt. Endlich stand, oah. Wir sind. Eine Zeit. Bleibt unten. Jetzt. Eine Runde noch. Letzte Runde. Berg Ultimo. Steilster Berg für heute. Viel Spaß. Ich krieg mal den Lied. Niemals den Film aus dem Kopf. Balls of Fury. Solltet ihr euch mal anschauen. Das ist keine Werbung. Viertel mehr. Ihr merkt immer noch nichts. Das Nimmelschleppern. Viertel. Jetzt. Endlich stand. Jedes Mal im Stand. Viertel mehr. Setz euch. Endlich stand. Ich denk an die Viertel. Ich denk an die Viertel. Jetzt noch. Endlich stand. Jetzt. Wenn ich es euch anzähle. Tempo erhöhen. Ja! Rock'n'Rages, Rock'n'Rages Still a-loat'in, keep a-loat'in Rock'n'Rages, Rock'n'Rages Still a-loat'in, Rock'n'Rages We got the power, got the glory Hälfte des Berges! Ich hab' setz' euch! Stopp! Zahn'n schwer, das Tempo zahl'n Zapf, 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 zapf Zest' euch! Stopp! What do you want? What do you want? I wanna rock'n'Rage I wanna rock'n'Rage I wanna rock'n'Rage Zest' euch! Stopp! Hit! Woah! Zest' euch! Fit, Paste, Zest! Tempo, Ah-E! Rock'n'Rages, Rock'n'Rages Still a-loat'in, keep a-loat'in Rock'n'Rages, Rock'n'Rages Letzte Sekunde. Setz euch. Viertel mehr. Start. Setz euch. Viertel mehr. Setz euch. Für die Stadt. Reduziert. So Leute. Herrlich. Gut. Wenn noch mal Pause ist, ganz entspannt. Trinkt was. Ich wette, ich schwitze mittlerweile so stark, dass der Greenscreen hier auf meine Haut reflektiert. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Wenn er nicht so was sein sollte. Apropos Pause, können wir mal an den Pausenhintergrund. Viel besser. Sehr schön. Jetzt mach mal das Gefühl, richtig woanders zu sein. Schön hier. Schön, schön, schön. Kann man aushalten. Wenn es nicht hier so irgendwie in der Front so wie ein Fitnessraum aussehen würde. Wäre alles bombastisch. Nun gut. Ich versuche, falls ich es jetzt noch nicht gemacht habe, im Nachhinein mal so ein paar Timer oder ähnliches mal mit einzubinden. Mal sehen, ob ich da was Gescheites finde. Entsprechend, wir zeichnen jetzt auf, das ist quasi, heute ist der, lass mich lügen. Was haben wir denn heute? Der zehnte. Der zehnte, zweite. Und ich schätze, wenn das Video online geht, so ein bisschen, ein paar Tage solltet ihr mir geben. Wahrscheinlich habt ihr schon lange, ein bis eineinhalb Wochen dazwischen liegen. Mal gucken, was ich weiß, zügiges Tempo, letzte Runde. Auf geht's. So Leute, lang ist es nicht mehr. Der Kursraum ist gleich besetzt. Ich muss ein bisschen hinsehen, ein bisschen zusehen. Man drängt hier hinten ein. Tempo, zapp, 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 zapp. Denk dran, moderate Belastung. Nicht ins Leere treten. Kürt. Viertel, jetzt. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Hoch geht's. Handposition, drei. Vier oben. Vier halbe. Es geht hoch. Zwei. Drei. Drei. Vier. Halb. Vier. Hopp. Vier. Vier. Hopp. Vier. Dien. Vier. Hopp. Vier. Halb. Zwei. Zeit. Let's get hoch. Zwei. Halb. Hopp. Halb. 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 Dien. Drei. Zwei. Ein. Bleibt oben. Drei. Zwei. Ein. Setzt euch. Tempo bleibt. Ja. So einfach. Kann's gehen. Viertel mehr. Herz. Zehn. Die Stand. Auf geht's. Das Tempo, Leute. Zopp. 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 Zieger Zeit. Zorn. Zwei. Drei. Vier. Zwr. Salz. St Farm. Sechs, 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 sechs. Bleibt oben. Drei, zwei, eins. Setzt euch. Lass. So Leute, dann reduziert, nee, reduziert nicht Blödsinn, reduziert höchstens das Tempo. Gut. Er klappt noch ein bisschen. Aufrechte Position. Wir nehmen die Arme jetzt ein bisschen mit. Eigentlich zur, ja, zum Überprüfen der Technik. Bei der Ausleuchtung könnte es angehen, dass der Hintergrund meinen Schatten bekommt. Und mal sehen, was die Arme an den Schatten geben. Ob das sich schon auswirkt. Hände zur Faust. Neben den Körper. Kreisende Bewegung. Rückwärts kreisen. Gut. Noch vier. Drei. Zwei. Könnt ihr das etwas schneller? Für vier. Für drei. Für zwei. Für ein. Stapelt. Handrücken nach hinten. Kleine Furze. Erstmal ganz entspannt. Für vier. Drei. Zwei. Ein. Schneller. Kleine Kurze. Empire One. Let's go. Das Tempo. Zap, 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 zap. Drei. Zwei. Ein. Arme außen. Und das hier. Oh, baby girl. You know we were meant to be this love. We're less than eternity. Drei. Zwei. Ein. Handposition drei. Öhnischland. Nachjustieren. Hier steht eine Rampe, Leute. Wann kommt sie? Jetzt. Unverhofft. Komm, hofft. Ist da noch was drin? Ein. Klar, Viertel. Yes. Viertel. Yes. Vier. Drei. Zwei. Ein. Er ist jetzt. Langsam weit. Ja. Kann. Man. Sollte. Man. Heutiger machen. Aufrecht hinsetzen. Grab. Die. Beste Leute. Beste. Öffnet die Arme langsam. Auf. Zwei. Und. ja 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 danke dir du kannst übrigens für die community machen so ein kleines video machen für die community so ein kleines video hier ein hand oben ein unten wundert euch nicht ich habe gerade mit meiner frau gesprochen damit es gleich auch an meine Power Cycling Community geht Leute hier passiert was 3, 2, 1 wartet Leute größt euch Schwerformat hochformat ist mir egal Schöne Grüße nach Deutschland an all diejenigen die zuschauen das kommt bald auf eurer Community Seite und auf YouTube wenn ihr wollt mal sehen Leute weiter gehts mehr Belastung in den Stand genauso Peanuts na dann viertel yes letzten Sekunden und es sind noch lange nicht die letzten Sekunden für heute bisschen habt ihr noch bisschen müsst ihr noch 8 7 6 5 4 3 2 1 reduziert gut okay Leute haben wir fast geschafft hier kommt unsere ich würde fast sagen Abschlussrunde aber das wäre übertrieben Gucken wir mal was da noch so kommen kann erstmal zwei Lieder noch und dann haben wir es vielleicht für diese Aufnahme geschafft für euch online die jetzt gleich morgen bei mir live mit fahren das eure Playlist ich hab sie jetzt vor dem Green Screen und ihr fahrt sie wahrscheinlich nach vorher opa live bei mir viel Spaß 3 2 5 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 Ja! Sehr stark! I go to a house, my arms are full of flowers, to convince the chickies that my life is full of powers. I ring the bell, and your mother's at the door, I said, hello man, your daughter, I adore. Out, she looks at me, and I said, hey little MC, she know me better start. Start, wieder eine Schippe, Männer. 3, 2, 1, go. Setz euch! Lässt dich schon lange nicht mehr lockertriegen. Viertelbeer, jetzt! Rani, 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 now I want more honey. Quoting leading to out, stop me being funny. But why I should do that, cause I'm there to be mad. And is it all that's dead? But she would have had. Out, I'm a little loud. Ein weiter Start! Der Runde. Um statt. Jetzt! Gymkhage! Ha, 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 ha. Okay, dann was? Nagelisch! Langsamer! Nochmal Füße! Drei, zwei, eins, setzt euch! Reduziert, ganz locker, weg! Sprint, final! Schön, ne? Puh! Etwas nachjustieren! Skillet! Zum Finale! Etwas mehr! Erstes Sprint Im Sitz! Lass es krachen, Leute! Ja! Und wir starten! Und wir starten! Zettel, langsam! Und eins! Und wir starten! Und wir starten! Und wir starten! Wisschen! Belastung! Und wir starten! Und wir starten! Und wir starten! Und wir starten! 1, 2, 1, sehr, sehr langsam. Ah, herrlich. Schön, wenn es gleich vorbei ist. 1, letzte. Und da hab ich's noch. Leute, das ist mein Final. Das ist dein Final. Das ist unser Final. Lass uns sehen. Wir starten in 4, 3, 2, 1. Beschleunigt, beschleunigt. Dick, Alan, Alan, Stuntz. Good job. Nein, 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 nein So Leute Das, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren Was für die erste Seite gewesen Zweite Seite Könnte man fahren Und wenn wir ehrlich sind, live sind wir sicherlich auch gefahren Eine Zugabe und eine Zugabe der Zugabe Aber heute, diese Aufnahme muss, soll und wird es reichen Der Greenscreen muss abgebaut werden Ich arbeite heute offiziell eigentlich gar nicht Also daher, lasst uns ein letztes Mal anstoßen Meine sehr verehrten Damen, meine Herren Das offiziell war es für heute gewesen Der schwere Part der Stunde ist vorbei Es kommt der lockere Part Das Cooldown Lasst mich ein entsprechendes Lied anmachen Damit es sich auch nach Cooldown so richtig anhört Wie war es mit dem hier? Ah, er ist gut Resümieren darf ich sagen Das war frrrr Sauber Arbeit, gar nicht schlecht, gar nicht verkehrt Wir sitzen aufrecht auf den Bikes Was wollen wir mehr? Das könnt, je nachdem wie es technisch funktioniert Demnächst häufiger unser Setting sein Falls ich es doch auf YouTube stelle Wer weiß Dann ist klar Abonniert Glocke an Liken Und natürlich Schickt es euren Freunden Wir brauchen Abonnenten Und wenn ihr euch das mal live angucken wollt Live in die Community gehen wollt Exklusiv quasi in der Mediathek So ein Video vorab sehen wollt Ja, geht auf Power Cycling Auf unsere Aktiviter Seite Unterstrich Power Cycling Und dann Tretet unser Community bei Fährt live dreimal die Woche mit uns mit Hier im Fitnessraum Und schaut euch jedes einzelne Video Wann immer ihr wollt In der Mediathek an Fahrt es nach Wenn ihr es nicht geschafft habt Und ja, wünscht euch Liederläuter An dieser Stelle nochmal Auch in meine Community Wünscht, 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 wünscht Ich brauche Lieder Ich brauche Input Macht eure Wünsche zu meinen Holt sie in eure Playlist Und jetzt heißt es Feierabend für heute Schön, dass ihr dabei wart Und lasst uns mal Ganz entspannt Runterkommen Ich bin mir nicht ganz sicher Was für ein Hintergrund ich jetzt gewählt habe Aber jetzt spätestens Bitte Richtig Schön Schön Erholsamen Hintergrund Ein Wohlfühlhintergrund Lass die Arme hängen Kreist die Schultern Langsamer Langsamer Haltet an Einbein Genffußboden Ferse absenken Wechselt die Seite Jetzt Hallo Der Herr und die Dame So Papa ist gleich fertig Und dann seid ihr nicht Steigt bitte vom Bike Einmal Neben das Bike Die Beine ausschütteln Ich zeige Muss mal bleiben Hier unbedingt So ein bisschen Im Greenscreen bleiben Entweder Schuhe ausziehen Oder nicht Das sei euch überlassen Ein Sprunggelenk umfassen Zieht es nach hinten Beide Oberschenkel nebeneinander Hüfte nach vorne schieben Hallo Kleiner Mann So Jetzt bist du wirklich Im Screen drin Ähm Entweder muss ich dich Unmerk machen Oder Meine Frau gibt das okay Dann ist er jetzt Live dabei Wieder raus Elian Versuch mal nicht An der Anlage rumzuspielen Bitte Tief ausatmen Beine ausschütteln Sehr gut Seid so nett Einmal Oberkörper nach unten Ihr seht es vielleicht jetzt nicht Aber lasst die Arme einfach hängen Einmal mit den Händen Zum rechten Fuß Zum linken In die Mitte zurück Beine leicht anwinkeln Aufrollen Streckt euch raus Macht euch lang Über die Körpermitte Zur gegenüberliegenden Seite Tief ausatmen Nach unten Tief einatmen Nach oben Und dann meine sehr verehrten Damen Dann meine sehr verehrten Herren Wünsche ich Ihnen Schönen Tag Schöne Woche Alles erdenklich Gute Das war Aktivita Paderborn Torben Rehberg Powercycling Macht's gut Ciao Schön, dass ihr euch habt Bis demnächst